Hallo und grüß Gott zum neuen Segenslied. In den Liedern, da können wir viel bitten um gutes Wetter, aber ob das dann so einfach immer wieder klappt, wir müssen es dann manchmal oft nehmen, wie es kommt. Und jetzt am Sonntagabend wäre es natürlich wirklich schön, wenn es schön Wetter wäre, weil wir ja da unseren Gospel-Gottesdienst im freien Open Air singen wollen. Kirche, die auch nach draußen geht. Wenn es regnet, dann müssen wir halt drinbleiben. Ja, Gospels, das sind so auskomponierte, feine Lieder, die aber ihren Ursprung in den Spirituals haben. Die Lieder, die die Sklaven gesungen haben, die sie auch selber aufgrund biblischer Texte erdichtet haben und mit denen sie sich Mut zugesprochen haben. Beide Formen, Spirituals, Gospels, wurden natürlich weiterentwickelt im Jazz. Also das könnten wir alles am Sonntag hören, entweder draußen oder aber in der Kirche. Ein ganz bekannter, den möchte ich jetzt voranstellen, weil der ja manchmal auch im Sport vorkommt, wenn es dann heißt Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, then, Lord, let me be in that number, when the saints go marching in. And when the stars begin to fall, and when the stars begin to fall, then, Lord, let me be in that number, when the saints go marching in. When Gabriel blows in his horn, when Gabriel blows in his horn, then, Lord, let me be in that number, when Gabriel blows in his horn. And when the sun refused to shine, and when the sun refused to shine, then, Lord, let me be in that number, when the sun refuses to shine. And on that day, hallelujah day, and on that day, hallelujah day, then, Lord, let me be in that number, on that hallelujah day. Ja, da geht es ein bisschen auch um die Offenbarung, um das Ende der Welt. Lass mich dabei sein, wenn es in den Himmel hineingeht, wenn sich das Reich Gottes vollendet. Möge alles gut mit uns ausgehen, das ist mein Wunsch für dieses Wochenende, für die kommende Zeit, für die Sommerferien, aber natürlich auch für die ganze Welt und eure Familien. Und dazu segne, behüte, schütze uns alle, der lebendige und mitgehende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.